In diesem Video zur Instrumentenkunde geht es um Membranophone. Membranophone sind Fellklinger, also Instrumente, bei denen mit einem Schlägel oder von Hand auf ein gespanntes Fell geschlagen wird. Felle von Membranophonen sind meistens aus einem Tierfell. Solche Trommeln gibt es in verschiedenen Formen, vor allem aus den Ländern Afrikas und Südamerikas. Die Pauke ist ein Orchesterinstrument und auf eine bestimmte Tonhöhe gestimmt. Diese Stimmung erreicht man über veränderte Spannung des Fells. Eine Pauke wird mit Schlägeln gespielt, die einen Filzkopf haben. Beim Tambourin wird der Ton durch das Fell und durch aufeinanderliegende Metallplättchen erzeugt. Es ist deshalb gleichzeitig ein Membranophon und Ideophon. Ein Tambourin wird von Hand gespielt. Bei einer kleinen Trommel sorgen klingende Metallspiralen an der Unterseite für den typischen schnarrenden Klang. Beim Schlagzeug heißt die kleine Trommel deshalb Snare Drum. Die große Trommel ist das größte Schlaginstrument im Orchester. Sie stammt aus der Türkei. Beim Schlagzeug wird die große Trommel Bass Drum genannt. Bongos sind zwei unterschiedlich hochklingende Handtrommeln. Eine Konga ist eine große Standtrommel und wird wie die Bongos von Hand gespielt. Bongos und Konga stammen aus Lateinamerika. Eine Djembe ist eine afrikanische Handtrommel, die aus einem ausgehöhlten Baumstamm und einem Fell gebaut wird. Sie wird mit der Hand gespielt. Eine Djembe ist eine afrikanische Handtrommel, die aus einem ausgehöhlten Baumstamm und einem Fell gebaut wird. Die Djembe ist eine afrikanische Handtrommel.